ARD Text im Auftrag von Funk Wollen wir mal raus aus dem Inventar Und das gerade wenn es da geht Ooooooooh Was war das denn? Danke Stern Ein Stern Der mich gerettet hat Der machte das Auge platt Ich kann es kaum verstehen Sterbt ihr Zombies? Das war ja mal Glück ey Hat er genau das Auge getroffen Ich hab mal ein Video gesehen Da hat so ein Stern Da hat einer gegen den Skeleton Skeleton Irgendwas Diesen Boss Vorm Dungeon gekämpft Skeleton Ja genau Und der hat gegen ihn gekämpft Und hat so ein Stern Einen von seinen Armen abgetissen Also nicht vom Spieler Sondern vom Skeleton Das war auch gut ey Voll abgeschlagen Hatte der das ein bisschen leichter Weil so ein Stern wenn er fällt Der macht richtig viel Schaden Äh Wie sind wir denn runtergegangen? Links oder rechts? Ich glaube Rechts Noch ein Stern Egal Lauf Lauf Ich halt mich einfach jetzt mal links Das Schlimmste was passieren kann Ist dass ich nirgendwo ankomme Wie jetzt zurücklaufen muss Was ich nicht hoffe Oh hier geht's aber gut runter Das ist ganz einfach hier Links dann rechts dann links Das ist Kupfer Brauch ich Kupfer unbedingt? Eigentlich nicht Hm Wasser 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 ist schlecht Aber da geht's ja auch schon weiter Hier auch Ich könnte da eine Verbindung schaffen Stirb Skelett Gut gib mir einen Haken Trink Hat er nicht Wollte er nicht Wofür ist das Silt eigentlich? Tiii Tut mir nix Okay Okay Da hoch Jetzt ist ja auch noch ein Wurm irgendwo Da ist der Wurm in der Sache Okay Okay Komm her Komm her Ich seh nix Ich seh nix Ich höre noch irgendwo ein Schleim Aua Jawoll So einfach geht das Ich bin blind Es ist so dunkel Ich geh hier runter Das sieht so aus als wäre hier Nix Ich könnte das mir hier mal mit Bomben freisprengen Aber ich lasse es mal Und gehe rechts Vielleicht war da es ja weit Weiß ich leider alles nicht mehr Weil ich muss um ehrlich zu sein Habe ich zwischendurch Noch woanders gespielt Und äh Verdammt Da bin ich dann weiter gewesen Da muss ich Oh man Wie komm ich hier raus Wie komm ich hier raus Gar nicht Ich bin gestorben Letztes mal Das ist richtig Das ist ja so ein Das ist ja ne Eine schlechte So Au Genau Ey Hab ich doch gerade gesehen Ey Blödes Ding Komm her Na Dich lass ich noch da Nachher Wenn ich dann Raus hier Get out Okay Wo gehe ich denn dann Dann lang Hm Tja Hätte ich doch mal Rechts oben laufen müssen Ne Oh Was ist hier oben Nochmal Ledermaus gelöst Hier gehe ich wieder Zurück Wahrscheinlich Hm Weit zurück Da ist der Aufstieg Der Aufstieg In eine bessere Zukunft Äh Nein Äh Immer noch nicht Okay Silber Aua Was mache ich jetzt Erstmal schnetze ich die Fledermaus weg Danach mache ich hier Licht Wahrscheinlich mache ich hier Licht Die nächste Fledermaus Dann packe ich da So ein Brett Brett vom Kopf Oh Mist Dann schreibe ich mir noch ein bisschen Silber hier So und dann habe ich Bomben gehabt ne Die packe ich mir da oben rein mal Dann werfe ich mal eine da runter Äh Kann ich noch eine werfen So Hat auch nichts gebracht Außerdem wie es aussieht Geht es da eh nicht weiter Super Ganz toll Gut Dann gehe ich halt woanders lang Dort unten sind ein paar Skelette Vielleicht kriege ich einen Haken von denen Oh verdammt Erstmal den Schleim töten Okay Jetzt aufpassen Du komm her du scheiß Skelett Dich mache ich auch noch fertig Gut Ist mir zwar kein Haken gegeben Aber da muss auch noch Da ist noch ein Kollege von dir Der gibt mir einen Haken Gib mir einen Haken Verdammt nochmal Jetzt endlich mal Einen Haken Mist Piranha Piranha Gib mir einen Haken Mist So das Achso So kann ich auch sehen Wo die Diese Dinge ins her kamen Jetzt komm her Piranha Auch nicht Noch ein Skelett Okay Auch Da rechts geht es doch weiter Ist doch irgendwas Ne Da geht es gar nicht weiter Gott Dann versuche ich mir halt da unten meinen Weg frei zu bomben Wenn es nicht anders geht Halt so Oh verdammt Das war ganz schlecht Das ist aber Kupfer Okay In die Richtung Genau in die Richtung Weiter Nein weiter nach links Sollst du Genau 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 Jawoll Wunderbar Das klappt ja exzellent Ha Nur gut dass ich die mitgenommen habe Das spart mir ein wenig Graberei Und Noch einer Jawoll Sieht zwar so aus Als wäre das danach Nicht viel besser Also Ja Ja toll Jetzt muss ich hier raus Ganz toll Hätte das nicht wenigstens Silberader sein können Dann hätte ich wenigstens Fortschritt gemacht Und mir eben nicht einfach Hier nur die Zeit verschwindet Gut Dann halt raus hier Ne Einfacher gesagt Als getan So Was ist das denn Das Wasser will nicht weiter Okay Auf einen einfacher Schlag Auf dem Wasser Und schon Fließt es Gut Dann muss ich hier halt wieder raus Das ist aber Dümlich Dümperlich Das habe ich ja jetzt nicht gewollt Das ist nur so kurz Tja Kann man nichts machen Muss ich halt rausgehen Großer Mist ist das Frag ich dir Ich frage jetzt dann Wo ich sonst hingehen soll Weil ich glaube Anders ging es ja gar nicht lang Äh Ja Durchs Wasser Durchs Wasser Durchs Wasser Das ist die richtige Route Das Skelett ist da auch noch Der mich wahrscheinlich Auf meinen Weg Hier nach außen anfangen wird Lass mich in Ruhe Das ist nicht der Ausgang Nimm das Skelett Schade Schade Ich dachte das fällt in sein Auge Und dann Sieht er nichts mehr Nein Dann komme ich hier Dann komme ich hier glaube ich nicht mehr raus Aber besser Ich sehe nichts Dass ich da nicht mehr reinfalle Jetzt hier raus Jetzt hier raus Wunderbar Jetzt geht es hier hoch Ja Da rechts geht es auch nicht weiter Ich bin hier rausgekommen So Jetzt muss ich mich einfach Rechts halten Oder nicht Boah Äh Oder war das schon das tiefste Wo ich war Wo ich kam Da war ich auch Irgendwie Ich brauche mir nur eine Abkürzung Ist mir zu blöd jetzt außen rum zu laufen Wenn man die macht Der Spitzhacke besitzt So Anderer Weg Hoffe ich mal Hoffentlich geht der hier weiter Nein Schlag den scheiß Schleim Zu Brei Hier ist nix Fledermaus Komm Mist Das hat sich ja gelohnt So Ein Gedöme Wie soll ich das Wie komme ich denn weiter Ich habe keine Ahnung Ich muss wohl doch Äh Kutulu So besiegen Ohne Weiter aufzurüsten Das finde ich nicht sehr toll Muss ich ganz ehrlich sagen Ist da oben was Zufällig Nein Schade Nein Schade Gut Dann halt nicht Jetzt bin ich schon wieder Ganz nah an der Oberfläche Und Tag Tag ist es Jetzt müsste ich auch rechts Zurück kommen Ganz eindeutig Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.